So, ich gebe mal meine Pfeile wieder. Da liegen sie. Die ganzen verschossenen Pfeile, her damit. Okay, ich denke mir, ich habe mir jetzt mein, mein, äh, oh, kann man hier rein? Hm, ach so, mein, äh, Feuerschwert habe ich jetzt verdient. Alter. Wir haben eine Schuppe. Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben. Wo war denn jetzt? Da unten, ne? Haben wir da irgendwas in der Nähe? Den Stall. Wir haben eine Schuppe, wir können die Quelle des Mutes auslösen. 143 Krok-Samen. Von 900. Das ist natürlich am Regnen. Am besten noch als Gewitter. Ne, das nicht. Ach, Ipuna. Äh, ja, da, da. Duh, du, 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 du. Duh, du, 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 du. Wo ist jetzt diese blöde Quelle? Ich reite gerade falsch, richtig? Nee, ich reite gerade richtig. Die Quelle ist nämlich hier unten. Die Quelle der Kraft. So, du wolltest die Schuppe haben. In die Hand und einer mit. Dann haben wir jetzt die Quelle des Mutes und die Quelle der Kraft. Da gibt es bestimmt noch eine Quelle der Weisheit. Nee, kriegen wir nicht wieder zurück. Schade. So. Was brennende Ausrüstung? Ach so, ja. Eine Kraftprobe. Ach bitte, was ist es? Schwierig. Ja, klar. Mit der Waffe, die wir gerade dabei haben. Oh, mein. Warum muss... Na klar, es ist die Quelle der Kraft. Natürlich muss es hier eine Kraftprobe geben. Oh, hmm. Nichts. Ja, klar. Okay. Oh nö, 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 nö. Bitte verstöp! Bitte, bitte stöp! Autsch! Au! Wow! Ich komme nicht schnell genug weg! Ähm, ich könnte mal den Butterapfel essen! Was habe ich hier noch? Eine Sport-Gemäsekrüme! Gemäsekrüme! Genau! Gemäsekrüme! Gemäsekrüme! Ach, bitte! Gäsekrüme! Hääh! Wääh! Oh! Häh! Hm! Häh! Bis zum nächsten Mal. Jetzt geht der Mist los. Ich brauche was schnelleres. Fuck. Ich hasse diese Attacke. Ich habe es auch ein paar mal gegen Steine gehauen. Aber trotzdem. Das Reiswert brauche ich nicht mehr. Das habe ich vorgezeigt. Weg damit. Alter. Dieses Eiskroßschwert war schon eine super Investition. Feuerlanze. Die Tasche ist voll. Hör mal für eine Feuerlanze. Das schmeißen wir doch gerne mal. Hier. Die Wächt-Hacksteck, die sowieso fast kaputt ist. Guck, guck. Ich habe deine Prüfung geschafft. Oh. Du hast die Prüfung gemeistert. Danke fürs Auf... fürs Heilen. Okay. Damit haben wir das schon mal abgeschlossen. Jetzt muss ich bloß wieder raus aus der... Kaverne. Und wahrscheinlich blitzt es jetzt draußen. Weil es ja nach so einem Ausflug... in so einem Schreien gründlich das Wetter ändert. Geht mir hoch... So, das heißt es gibt irgendwo bestimmt noch eine Quelle der Weisheit. Waren die Wäsche schon immer da? Komm doch! Hä? Das ist mein Pferd, okay. Wollte ich grad sagen. Hier fehlt doch was. Der andere Räuber zum Beispiel. So, hier irgendwo soll jetzt... Was? Was? Ach ne, das war der Buff. Das war der Buff, der kann verschwunden. So. Ich befürchte, was du bist mir... Was ist das denn? Da ist irgendwas drin. Ich kann ihn nicht zerstören. Oh, warte. Ne. Die könnte es auch nicht sein. Ich bin mir fast sicher, dass das, was mit dem Räuber zu tun hat... Toll. Jetzt hab ich mein Pferdebrat gesetzt. Entschuldigung, Ebona. Bleibt doch ganz friedlich. So, was hab ich hier zu tun? Was soll ich hier machen? Das ist wieder so ein Rätsel. Was? Shoot? Gut. Was soll das Ding abschießen? Okay. Aha. Okay. Wenn es so geht. So, jetzt weiter nach da. Aha. 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 Oh Gott, ich erinnere mich. Hier hatte ich damals meinen ersten Kampf bei Gewitter gegen einen Läunen. Das war hier. Guck mal, wer da ist. Der Ries Bornteleune. Verdammter Blutmond. Hat er mich schon gesehen? Nichts passiert. Ach, der Kopf war jetzt eine Waffe zieh. Ach. 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 ouch 4 5 6 7 8 12 16 16 ich bleib hier gut dass er eine Fee hatte sonst wäre es jetzt vorbei gewesen gib mir alles was du hast irgendwas ist gerade verbrannt kann es wieder herkommen so wie ich die Markierung jetzt hier kenne die ich hier gemacht habe muss ich nach oben doch nicht du hast mich entdeckt ja das habe ich alter den haben wir fertig jetzt muss ich komme ich von hier aus auch wieder runter weil ich muss aber in den Oktowald im Oktowald war sich auch noch einer ich muss glaube ich mal alles weg ich glaube wirklich verdammt wenig leben inzwischen so auf den Oktowald ich gehe ich gehe das ist ich 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 Vielen Dank.